Das ist eine diesel-elektrische Lokomotive der Class 47 in grüner British Rail Lackierung. Dieses Tutorium wird Ihnen die Start-Stop-Prozedur beibringen. Steihen Sie ein. Betreten Sie den Führerstand durch die angezeigte Tür. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz, wenn Sie bereit sind. Um die Lokomotive zu starten, stellen Sie die Batterieisolation auf geschlossen. Um das Hauptpult einzuschalten, stellen Sie den Zündschlüssel auf ein. Stellen Sie den Richtungswender auf die Nur-Motor-Position. Die Lokomotive ist nun bereit für die Fahrt. Drücken Sie den Motorstartknopf auf dem Pult. Um allen um uns herum zu signalisieren, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist, müssen Sie die Spitzensignale einschalten. Um die Bremsen zu lösen, die den Zug momentan noch stoppen, stellen Sie die Fahrerbremse auf fahrend. Jetzt, da die Lokomotive betriebsbereit ist, können Sie den Richtungswender in die Vorwärtsposition stellen. Bewegen Sie die Parkbremse auf die Gelöst-Position. Um nun endlich losfahren zu können, müssen Sie den Leistungsregler auf mindestens 20 Prozent stellen. Er hat sich die Parkbremse auf die Koppel-Motor-Position. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jut gemacht. Die Lokomotive fährt jetzt. Um eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten, müssen Sie den Leistungsregler zurück in die Ausposition bewegen. Um die Lokomotive zu einem sanften Halt zu bringen, bewegen Sie die Fahrerbremse auf anfängliches Anlegen. Wenn Sie das Training im alltäglichen Betrieb anwenden, werden Sie das sicher großartig machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.